Er hat seit acht Jahren kein einziges Mal mehr mit Leih-Equipment präsentiert. Michael präsentiert mit dem, wirklich, das ist ein Blockbuster-Shows in den größten Seelen mit den besten Leihmännern, den besten Beamern, die es überhaupt nur gibt. Und heute ist alles ein bisschen mehr Handmade, man plagt dafür Intimer. In den Weiten des Universums gibt es einen einzigartigen Planeten, um unsere Erde am Artaale zu fotografieren. Ich bin unterwegs bis nach Brasaville und habe endlich mal etwas Muse zu fotografieren. Erste Bilder. Und es waren acht Zuschauer da. Es waren acht Zeilense Zuschauer und meine Eltern. Und das hat uns total Spaß gemacht. Und das hat uns total Spaß gemacht. Und das hat uns total Spaß gemacht. Und das hat uns total Spaß gemacht.